Stell dir vor, Lionel Messi beginnt zu heulen, weil er der beste Fußballer der Welt ist. Stell dir doch mal vor, einer dieser TV-Sterneköche beginnt zu jammern, weil sein hammerbissfestes Risotto nur von dieser Welt ist. Klingt unglaubwürdig, klingt abartig, trifft die Faust nicht ganz aufs Auge. Na, dann müssen wir wohl mal den Faust im Auge behalten. Habe nun, ach, ein Lernvideo zu Faust begonnen. Hey, ich bin Arnold und ich erkläre euch heute Faust. Im Unterschied zu den vielen bereits bestehenden Lernvideos geht es in diesem nicht um eine Inhaltsangabe, sondern um eine Charakterisierung der Hauptfigur Faust. Wir wollen rauskriegen, was die Figur im Innersten zusammenhält. Der Stoff, der Goethe fast ein ganzes Leben lang Beschäftigte, ist nicht nur hinsichtlich der literarischen Gattungseinordnung eine Tragödie, sondern auch für viele Schüler. Denn die Sprache ist doch recht sperrig aus heutiger Sicht. Das liegt mitunter an der Hauptfigur. Faust. Heinrich Faust. Ein in die Jahre gekommener Mann in seiner geistigen Midlife-Crisis, der zu einem pathetischen Jammerton neigt, der teilweise nur schwer zu entschlüsseln ist für Heranwachsende. Wie eingangs gesagt, eigentlich hat es ein bisschen was davon, als ob Messi jammern würde, dass er der Beste ist. Auch Faust jammert, weil er sich als Universalgelehrter in allen Septim Artes Liberales, in den maßgebenden Wissenschaften der Universität belesen hat und dennoch trotz all seines Wissens letztlich nichts zu wissen glaubt. Was ist eigentlich mit Faust los? Halten wir uns an die Fakten, denn die liefert nur der Text. Faust ist eine Ausnahmeerscheinung. Er ist in den maßgeblichen universitären Disziplinen gebildet und hat den Rang eines Doktoren erlangt. Er ist nach Eigenangaben auch den zeitgenössischen Laffen, Pfaffen und Schreibern bei weitem intellektuell überlegen. Doch von dieser Überlegenheit bleibt offensichtlich nicht viel übrig hinsichtlich seiner gefühlten Lebensfreude. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, Faust sieht sich in erster Linie selbst als Ausnahmeerscheinung. Warum das so wichtig ist? Weil wir eingangs im Prolog durch den Herrn erfahren, dass dieser ihn keineswegs als Ausnahme ansieht, sondern vielmehr als repräsentativ. Schließlich bringt er ihn ins Gespräch mit Mephisto ein, als ein typisches Beispiel für das Irren des Menschen und er nennt ihn auch einen im Kern rechtschaffenen Menschen. Dass Faust diese Attribuierung im ersten Teil über weite Strecken schuldig bleibt, muss ehrlich gesagt an dieser Stelle auch noch dazu gesagt werden. Doch beginnen wir ganz von vorne. Nach einer Zueignung, einem Vorspiel auf dem Theater und einem Prolog im Himmel lernen wir endlich Faust kennen. Dieser zieht in seinem engen gotischen Studierzimmer bereits zu Beginn eine durchaus kritische Lebensbilanz. Das intellektuelle Dilemma, sein Denken nicht zur höchsten Entgrenzung führen zu können, führt ihn in einen Zustand fortwährender Melancholie. Bereits ein flüchtiger Blick auf eine moderne Definition der Melancholie lässt erkennen, dass Faust einige Merkmale des melancholischen Geistes aufweist. So liegt auch bei ihm eine schmerzliche Verstimmung vor. Auch ist sein Interesse für die Außenwelt stark gemindert und sein Selbstwertgefühl ist stark herabgesetzt. Was jedoch nicht zutrifft, ist der hier diagnostizierte Verlust der Liebesfähigkeit. Bei ihm ist es eher so, dass diese Genussseite als Wunsch aufkeimt. Falls ihr euch abseits des Faustes nochmal mit der Melancholie beschäftigen möchtet, hier eine Buchempfehlung. Doch nun zurück zu Faust. Im Einzelnen befindet er über sich selbst, fast im Sinne von sokratischer Ironie, dass er weiß, dass er nichts weiß. Klingt paradox, ist aber so. Das bedeutet, er hat sich in den vielen Disziplinen gebildet, doch die reine Menge des Wissens führt ihn lediglich zur Erkenntnis, dass die Qualität seines Wissens ausgesprochen begrenzt ist. Dass er also nicht zum Kern des Wissens vorgedrungen ist. Und das wird deutlich in den Versen, als Faust auch sein Kernproblem benennt. Er wolle wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Faust strebt also nach Entgrenzung, Erkenntnis und Überwindung der eigenen Begrenztheit. Sein Anspruch scheitert aber, weshalb er sich der Magie zuwendet. Auch sein abgebrochener Selbstmordversuch ist Ausdruck einer tiefen existenziellen Verunsicherung. Im Gespräch mit dem engstirnigen Schöngeist Wagner gesteht Faust, dass zwei Seelen in seiner Brust wohnen. Hiermit ist gemeint, dass er als Mensch zwischen geistigem Streben und körperlicher Lust schwankt. Es wird aber deutlich, dass Faust insbesondere diese irdische Genussebene kaum kennt. Und dass beide Ebenen sich nicht einfach vereinen lassen. Der Unglückliche schließt also mit dem bald darauf auftauchenden Teufel einen Pakt, der eine Wette beinhaltet. Er erscheint nahezu furchtlos. Als durchweg vergeistigter Mensch zweifelt Faust an, dass der Teufel ihn mit irdischem Genuss betören kann. Doch Faust unterschätzt, was er nicht kennt. Als er durch einen Zaubertrank verjüngt und aphrodisiert die junge gläubige Margarete trifft, wird deutlich, dass Faust durchaus genussfähig ist. Mit dem Pakt endet in gewisser Weise auch sein wissenschaftliches Streben. Auf einmal ist sein Begehren körperlich. Auf keistiger Ebene gelingt kein Einklang mit Gretchen. Es wird aber deutlich, dass beide Ebenen nicht vereint werden können, weil Faust in Extrem lebt. Er wird als Figur zunehmend problematisch. Gegenüber Gretchen ist er stark, ichbezogen, skrupellos und nur wenig empathiefähig. Er ist für Gretchens Tragödie verantwortlich. Auch wenn wir jetzt in diesem Video einige Charaktereigenschaften von Faust kennengelernt haben, müssen wir unbedingt berücksichtigen, dass diese nicht in jeder Szene genau so vorkommen. Ihr könnt also nicht Dinge einfach im Sinne anderer Schulfächer auswendig lernen und sie dann in der Arbeit wiedergeben. Ihr müsst genau anschauen, wie ist die Figur in dieser Szene und wie ist ihr Verhalten in diesem Kontext zu bewerten. Gerade bei Faust, der ein sehr wankelmütiger und inkonsistenter Charakter ist, ist das besonders wichtig. Ich meine, im Endeffekt ist es so bei normalen Menschen ja auch. Ich will euch dafür auch mal ein Beispiel geben. Ich denke, wenn ihr das Drama gelesen habt, merkt man recht schnell, dieser Typ redet fast immer und zwar viel. Ja, falsch gedacht. Stellt euch vor, in der Klausur kommt Auerbachs Keller. Hier ist Faust ausgesprochen wortkarg. Und diese Wortkargheit hat natürlich an dieser Stelle auch eine Funktion. Sie lässt nämlich erkennen, wie angewidert Faust von dem Trinkgelage ist und dass sie sich im Kontext dieser weltlichen Sauferei, auf gut Deutsch gesagt, nicht wohlfühlt. Lerne, die Szene, die ihr vorgegeben bekommt, macht im Endeffekt den Charakter und nicht umgekehrt. Das ist im Fach Deutsch wirklich zentral. Achtet darauf, dass es diese drei großen Bereiche gibt, eben die Gelehrten-Tragödie, die Gretchen-Tragödie und im Endeffekt noch die Fremdzuschreibung am Anfang durch den Herrn im Prolog, der im Himmel stattfindet. Kommen wir also schlussendlich zum Fazit. Die Figur Faust kann im ersten Teil der Tragödie der im Prolog behaupteten Rechtschaffenheit, die Gott ihm zuschreibt, im Kern eigentlich nicht gerecht werden. Insgesamt ist festzustellen, dass Faust in Extremen existiert und keine Versöhnung zwischen geistiger und körperlicher Ebene findet. Deswegen misslingt auch sein Lebensentwurf. Dass er eigene Fehler reflektiert und Gretchen schlussendlich retten will, kann man ihm aber zugutehalten. Und wie im echten Leben, seinen Fehler zu kennen, mag ein Schritt in die richtige Richtung sein. Doch das Abstellen dieser Fehler, das ist eigentlich die zentrale Leistung. Im Folgenden findet ihr noch eine Übersicht über Charaktereigenschaften, die Faust während der beiden Teile im Einzelnen aufweist. Also während der Gelehrten-Tragödie und während der Gretchen-Tragödie. Um euch auf die Klausur vorzubereiten, versucht, diese Charaktereigenschaften einmal am Text festzumachen. Er erweitert die Liste außerdem um passende weitere Eigenschaften. Fragen? Dann schreibt es gerne in die Kommentarleiste. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, viel Erfolg!